Grüß dich, Manfred. Hast du schon das Neueste gehört? Nee, Claudi. Was denn? In Bremen wurde ein Bär gesichtet und aus ganz Deutschland kommen die Jäger und wollen ihn fangen. Miau! Miau! Wie viel beträgt dann das Kopfgeld? Manfred, du wirst es kaum glauben. Eine Million Euro. Hä? Hey, Freunde. Entschuldigung, haben Sie hier vielleicht im Berg gesehen? Ja, in der Böttcherstraße. Okay, los, Freunde. Auf Bärenjagd. Wir holen uns die Million. Oh, 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 oh.